Die Handelshof Bautzen GmbH ist der Partner für Technik und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind Großhändler und gleichzeitig auch Dienstleister für unsere Kunden und vereinigen vier Fachgroßhandlungen unter einem Dach. Die vier Fachgroßhandlungen sind die Bereiche Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bauelemente und Werkzeugtechnik und die Elektrotechnik. Die Unternehmensgruppe Partner für Technik hat derzeit ca. 30 Standorte, maßgeblich im Norden und Nordosten Deutschlands, präsent. Wir haben sieben Taupthäuser und mehrere Filialen und Niederlassungen. Hier der Handelshof in Bautzen hat seinen Hauptstandort in der Sprechstadt in Bautzen, so schön hier gelegen im Gewerbegebiet Ost. Des Weiteren verfügen wir über eine Filiale in der Rauschwalder Straße in Görlitz und an den Stadtwerken in Kamenz. In allen Filialen findet der Gewerbetreibende umfangreiche Sortimente mit dazugehörigen Produkten und Dienstleistungen. Unser Sortiment vor Ort umfasst von Heizung über Stahl, Sanitär, soweit alles. Unsere Dienstleistungen umfassen auch im Bereich Werkzeug die Reparatur von einzelnen Maschinen, was wir über unser Servicecenter sehr gut und sehr schnell abwickeln. Diese breite Produktpalette wird von über 8000 Kunden, von Handwerkern und Einzelunternehmern geschätzt. Wir haben sogenannte Hauptzielgruppen und Nebenzielgruppen. Als Hauptzielgruppen gelten bei uns die Handwerksbetriebe und kommunalen Versorger. Das sind dementsprechend die Metallverarbeiter, Sanitär- und Heizungsinstallateure, aber auch die Elektroinstallateure, Heizungsbauer, die Baubetriebe, die vor Ort sind und natürlich die Industrie und die Werkstätten. Das Liefergebiet der Handelshof Bautzen GmbH umfasst den gesamten ostsächsischen Raum, die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie das Einzugsgebiet der sächsischen Landeshauptstadt und der sächsischen Schweiz. Die Kunden schätzen neben dem umfangreichen Sortiment und Service mit über 60.000 gelisteten Artikeln namhafte Hersteller vor allem die freundliche und kompetente Beratung durch die Mitarbeiter des Unternehmens. Um den Kunden diesen Service auch in Zukunft bieten zu können, setzt das Unternehmen auf die Ausbildung eigener Fachkräfte. Wir bilden beim Handelshof Bautzen den Bachelor of Arts aus in der Fachrichtung Dienstleistungs- und Handelsmanagement im Rahmen eines dualen Studiums. Weiterhin haben wir den großen Außenhandelskaufmann bzw. die großen Außenhandelskauffrau, die dann genauso während der dreijährigen Ausbildung als Vertriebsmitarbeiter Logistiker eingesetzt werden. Dann haben wir Bürokaufleute für den Bereich Zentrale, Datenverarbeitung und auch Buchhaltung. Und als vierten Ausbildungsberuf die Fachkraft für Lagerlogistik. Eine Berufsausbildung beim Handelshof Bautzen ist eine Ausbildung mit Zukunft. Wer sich für diesen Karriereweg entscheidet, sollte aber bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Teamfähigkeit wird bei uns ganz groß geschrieben. Der Umgang mit EDV wird zwar bei uns natürlich noch speziell geschult, aber natürlich Grundkenntnisse, MS Office und so weiter sind da Grundvoraussetzungen. Ich absolviere beim Handelshof Bautzen ein duales Studium in der Richtung Handelsmanagement an der BA in Riesa. Und warum ich mich für das Unternehmen entschieden habe, hat mehrere Gründe. Zum einen war es mir wichtig, ein duales Studium zu absolvieren, weil mir der Bezug zwischen Theorie und Praxis wichtig ist. Zum anderen war mir der regionale Bezug sehr wichtig, weil ich lange unterwegs war und ich einfach festgestellt habe, dass es nichts für mich ist, wenn ich so lange von zu Hause weg bin. Und zum anderen werden wir finanziell sehr gut vom Handelshof unterstützt. Der Handelshof bezahlt mir die Wohnung in Riesa, was für mich ein sehr großer Vorteil ist, weil durch diese ganze Gefahr von Bautzen nach Riesa jeden Tag, könnte man das Studium wahrscheinlich nicht so gut absolvieren. Und zum dritten muss ich sagen, dass uns die Gruppe Partner für Technik auch sehr gut unterstützt. Wir hatten in den ersten Monaten viele Seminare mit den anderen Studenten aus Deutschland. Und das hat einfach geholfen, weil wir jetzt an der BA einfach schon ein Team geworden sind und uns gegenseitig unterstützen. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Wareneingang und Ausgang greifungslos funktioniert, dass es wie Stahllager ordentlich funktioniert. Handelshof Bautzen, Auszubildende, Künzel, guten Tag. Herausforderungen sind, die Zentrale zu managen, Postein- und Ausgang zu machen, Kunden in Empfang zu nehmen, Faxe einzuscannen und viel ans Telefon zu gehen. Momentan bin ich an der BA in Riesa und da ist es für mich die größte Herausforderung, den Unialltag erstmal zu bewältigen. Und dann ja im späteren Bezug auf die Praxis ist es mir dann wichtig, dass ich das Gelernte von der Theoriephase dann auf die Praxis anwenden kann. Wir werden viel durch unseren Ausbildungsbeauftragten Martin Mühle unterstützt und durch alle anderen Kollegen. Also es ist ein super Verhältnis. Die Auszubildenden können mit allen Belangen zu mir kommen. Alles was Ausbildung praktischerseits und theoretischerseits betrifft, stehe ich zur Verfügung. Und für BA-Studenten steht außerdem für die überbetrieblichen Belangen noch mein Kollege Heidemann von unserem Dachverband Handelskonter Sebetal zur Verfügung. Ich hatte sehr großes Glück, übernommen zu werden vom Handelshof Görlitz nach meinem Praktikum. Wurde vom Team sehr gut aufgenommen. Und wenn ich Fragen hatte, Bedürfnisse, alles Mögliche eigentlich, ob Görlitz oder Bautzen, wurde eigentlich sofort beantwortet und fühle mich eigentlich wohl. Ich hoffe, dass wir dann übernommen werden und dann auf jeden Fall hier weiter arbeiten können. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Die Karrierechancen für die jeweiligen Ausbildungsberufe sind da ganz weitreichend. Die großen Außenhandelskaufleute werden nach der Ausbildung im Ein- und Verkauf eingesetzt. Die Bürokaufleute in der Zentrale Datenerfassung und Buchhaltung. Die Logistikkaufleute werden dann im Logistikbereich natürlich eingesetzt. Beziehungsweise im Fuhrpark. Und die BR-Studenten haben dann natürlich die Chance, in Führungspositionen aufzusteigen. Angefangen als Sachbearbeiter am einen Verkauf. Dann natürlich sich hochzuarbeiten zum Abteilungsleiter. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind also eine weitere Stärke der Handelshof Bautzen GmbH. Unsere Leistung ist ihre Zufriedenheit. So der Slogan des Unternehmens. Die Handelshof Bautzen GmbH bietet übrigens 33 gute Gründe, warum das Unternehmen Technikpartner in der Region ist. Hier finden die Gewerbetreibenden die perfekte Lösung für ihre Projekte.